Herzlich willkommen hier an der Gemeinschaftsschule Gebhardt. Mein Name ist Großkreuz, ich bin die Schulleiterin der Gemeinschaftsschule Gebhardt. Ich freue mich ganz arg, euch liebe künftige Fünfklässlerinnen und Fünfklässler heute Mittag an der Schule zu begrüßen zum virtuellen Rundgang. Ich begrüße auch eure Eltern. Ihr werdet ganz viele Einblicke in unsere Schule bekommen, leider nur online. Wenn ihr selber hättet kommen können, das wäre natürlich viel schöner gewesen. Aber ich glaube, ihr bekommt auch so Einblicke in unsere Schule, wie es bei uns aussieht, wie bei uns gelernt wird, was wir für Schwerpunkte haben. Ich freue mich sehr, dass ihr euch heute Mittag Zeit nehmt für unsere Schule und wünsche euch allen und euren Eltern einen sehr interessanten und kurzweiligen Nachmittag. Dankeschön. Ciao. Ciao.